Stumm stehen die großen Maschinen- und Anlagenteile im Außengelände des Mannsfeldmuseums. Und doch würden sie, wenn sie reden könnten, sicherlich so manche Geschichte erzählen, waren sie doch einst Bestandteile des 1951 gegründeten Mannsfeldkombinats Wilhelm Pieck, in dem 47.000 Menschen Lohn und Brot verdienten. Das Walzwerk Hettstedt war dabei wichtiger Bestandteil. Noch gibt es in unserer Region viele ehemalige Walzwerker, die genau diese Geschichten erzählen können. Solche Tafeln helfen da den Museumsbesuchern zumindest annähernd, sich die zu sehenden Maschinen in der Produktion vorzustellen und zuzuordnen. Der Förderverein des Mannsfeldmuseums in Person des bekannten Hettstedters Manfred Stern hatte am Samstag zur Enthüllung der mittlerweile 10. Informationstafel eingeladen. Diese Tafel bezieht sich vollständig auf das Drahtwalzwerk, was ja von 1909 bis 1992 im Walzwerk Hettstedt in Betrieb war. Ich muss dazu sagen, dass diese Tafeln, die wir hier alle erstellt haben, von Sponsoren gefördert wurden. Denn Geld hat ja die Stadt nicht. Nur eine Tafel, das ist die vom Schlackenbad, die Stadt bezahlt, andere haben wir über Sponsoren. Und ich möchte hier besonders bedanken bei Einzelpersonen, bei Vereinen, aber auch bei kleinen Betrieben, die man den Betrag erstellt haben, dass wir darum bitte mal, dass wir die Elfner nehmen. Nach der Enthüllung durch Detlef Krämer erzählte Manfred Stern noch einiges, was ihm selbst aus seiner persönlichen, langjährigen Tätigkeit in den Drahtbetrieben im Gedächtnis geblieben ist. Bürgermeister Dirk Fulert griff die kleine Kritik Manfred Sterns zur finanziellen Unterstützung des Vereins auf. Und es tut mir ja selbst leid, dass die Stadt kein Geld hat, sonst würden wir euch natürlich gern viel mehr unterstützen. Und deshalb auch meinen Dank natürlich an die Sponsoren, die es ermöglichen, dass diese Tafeln aufgestellt werden und damit hier auch die Besucher des Manfred Museums erfahren, was sie hier sehen können. Aber, ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, wir werden auf jeden Fall bemüht sein, in Zukunft auch Jubiläen, die mit unserer Historie, mit unserer Tradition zu tun haben, wie 8 oder 20 Jahre von des ersten Kupferärztes 1199, ein bisschen zu würdigen. Und ich denke, da kriegen wir sicherlich gemeinsam, nicht nur das Völkerverein allein, sondern auch mit anderen Akteuren und der Stadtverwaltung Hedstedt eine schöne Sache hin. Und ich denke, am 3. Oktober wird das sicherlich dann auch in Hedstedt ordentlich gefeiert werden. Die Anwesenden tauschten noch einige Erinnerungen aus, denn auch Bürgermeister Dirk Fulert war einst Walzwerker und konnte so durchaus mitreden. Manfred Stern erklärte vor der Kamera noch einige Besonderheiten. Das Besondere steht da, das Drahtwalzwerk, was von 1909 bis 1992 in Betrieb war. Und dieses war die Entwicklung, um den Kupfer, wenn er gegossen worden ist, als Draht wieder weiterzuverarbeiten. Und dieses Drahtwalzwerk ist ja bestehend aus einer Vorstraße und Mittelstraße und 8 Gerüste Fattigstraße. So wie das eine Gerüste sieht man das vollständig dort. Und hier wurde dann der Draht warmgewalzt von diesen Weyerbars, die 120 Kilo hatten dort. Die wurden erwärmt und dann wurden sie warmgewalzt die gesamte Strecke zu diesen Dingen. Und hier war es auch dabei verschiedene schwere Unfälle, sehr tödliche Unfall, weil ja die Walzer vollständig mit dem Draht immer in Berührung kamen. Denn es ist ja so, die Walzer, die an diesen Arbeit haben, oder Zieher kann man auch nennen, die haben ja nicht gesehen, wann der andere den Draht steckt von der anderen Seite, sondern nach Gehörern die Arbeit haben, die haben dann abgefangen und umgedreht, dass es zu denen weiterkommt. Und wichtig dabei ist, dass wir mal hinsehen, die alte Technik, die hier war, wenn wir hier sehen, das große Schwungrad, 7,5 Meter Durchmesser, der Treibring dazu, ein Meter breit, der das ganze Ritt angetrieben hat dort. Und es ist ja unheimlich scheinbar nicht, was da gemacht worden ist. Wichtig für mich ist auch so, für die Drahtstraße habe ich technische Unterlagen von Herrn Palm Senior bekommen. Aber mein Freund Lothar Mayer, der hat diese Tafel mit CD entwickelt und erarbeitet und hat wesentlich dazu beigetan, dass wir soweit schon sind und muss dazu sagen, er wie ich, wir sind ja Rentner, wir machen das alles kostenlos, im Interesse unseres Mannswertmuseum. Ich bin ja jetzt dabei, eventuell noch für das Haus eine Anode oder eine Kathode herzustellen dort. Da brauche ich aber für unseren jetzt amtierenden Bürgermeister die Genehmigung, dass ich eine Anode mit einer Kathode bei MGM tauschen kann.